Die Ö3 Wecker Productions präsentieren Desperate Househusbands, verzweifelte Hausmänner. Schau einmal aus dem Fenster, Karl, wie schön draußen alles angezuckert ist. Ja, der Winter kommt. Aber wo, der Ferdl hat's gerade mit dem Zuckerstreuer in meiner Einfahrt hingehaut. Ein Ferdl mit einem Zuckerstreuer? Das passt so gut zusammen wie eine Frau mit einem Autoschlüssel. Hier ist ich, Leute. Wo willst du mit dem Zuckerstreuer hin, Ferdl? Na, zu euch. Hilft's mir, ich muss einen Kuchen packen. Was hast du denn angestellt? Nix hab ich angestellt. Das ist ein Geburtstagsgeschenk für die Gärte. Aber da fehlt dir noch einiges, Ferdl. Mehl, Eier, Butter. Ja, ich hab mir gedacht, ich bring die Sachen Einzelnummer, weil ich hab das alles noch nie in der Hand gehabt und bin sehr vorsichtig. Lass' mir, Ferdl. Ich hab eh alles da, was wir brauchen. Gut. Was muss ich als erstes tun? Die Küche finden. Ui, Jägerle. War ich da schon mal? Ja, Ferdl. Das ist dort, wo dieser kalte Schrank mit dem Bier ist. Ah ja, weißt du schon genau. Da sind wir ja. So, wo ist der Kuchenautomat? Es gibt keinen Automat, Ferdl. Hörst, hab's ja tausend hypermoderne Küchengeräte. Von dieser Dings da noch, der Makrowelle bis zu diesem Geschirrspoiler. Aber kein Kuchenautomat? Nein, Ferdl. Das müssen wir in der Handarbeit erledigen. Und womit fang ich so an? Na, mit einem Bier. Und dann startet mein alter Automechaniker-Tradition. Aha, und wie geht die? Vor morgen geht einmal sowieso nix. Verzweifelte Hausmänner. Die Kultserie der Ö3 Wecker Productions. Die Kultserie der Ö3 Wecker Productions